Hallo Freunde, hier ist euer Hören Gutzi. Ich habe heute mal diesen Hintergrund gewählt, leitet als angemessen betrachtet. Diese wunderschöne Kulisse, das Meer. Und gestern, was wir da gehört haben von diesem Senti-Chor, das war wirklich unter aller Kanone, kann ich nicht anders sagen. Die hatten da noch Lieder gesungen, also da fand ich den Senti-Chor hier von Ina Müller. Der hat richtig immer so farben, denn wir singen ja lustig, lustig. Das ist noch Stimmung. Und deshalb habe ich mir überlegt, euch auch mal ein typisches Seemannslied vorzutragen, was jeder kennt, was er auch mit singen kann, der summt eben mit. Mein Junge kommt geschwind und bringt mir ein Stück Papier. Ich sitze hier schon und scheiße seit vielen Stunden. Doch du, mein Freund, bist mit dem Kreishauspapier verschont, ey. La Paloma, aha. Dit hat Stil. Dit ist Kunst. Und wenn ich mir was hier rin hänge, irgendwo, dann komme ich zu einem Recall. So sieht's aus. Freunde, bis demnächst. Euer Sören Gutzi. Bleibt schön gesund, dann habt ihr auch keine Krankheiten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.